Hallo zusammen, hier ist wieder Wachila und heute bin ich hier für euch hier im Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Achievement Guard präsentieren. Und zwar geht es wieder mal um ein Quest Achievement in BFA und zwar heute um den Erfolg Die Hügel Singen. Und für dieses müssen wir ein unvergessliches Mittagessen an einem besonderen Ort im Stummsangental abhalten. Und dafür brauchen wir erstmal was zum Futtern. Und das werden wir uns jetzt als erstes besorgen, bevor wir das Mittagessen abhalten können. Und zwar müssten wir eigentlich hier in dem Gebäude, ich zeige euch gleich wo das genau ist, eine Dose looten, die hier oben sein müsste. Und zwar, wir sind hier in einem Gebäude bei den Koordinaten 58, 63. Ich kann auch einmal rausdeffen, hier sind bloß relativ viele Gegner. Ihr seht, da ist die Brücke und quasi in diesem Gebäude ist es. Wenn ihr jetzt hier von der Brücke kommt, gleich rechts halten, hier reinlaufen. Und da oben müsste eine Dose sein. Und gleich mal als Warnung, die Dose könnt ihr nur einmal looten. Ihr seht, mit dem Main habe ich es anscheinend irgendwann beim Leveln gelootet. Dachte mir, oh, da glitzert was, weg ist der aufgemacht. Und das war es. Mit dem kann ich das Achievement nie wieder machen anscheinend. Deswegen habe ich mir überlegt, ich komme hier mit dem Twink her, mit meinem Hordenschar. Und tada, da oben haben wir die Vesper-Dose. Und die werden wir uns jetzt einmal holen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich mache das jetzt hier quasi live, mich da hochzudingsen. Ich bin da anscheinend mit dem Main schon mal irgendwann hochgekommen. Also jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da genau hochkommen. Also ich vermute mal irgendwie hier über diese Säckchen. Oder sind das Heuballen? Ich stelle mich schon wieder gut an. Achso, hier und dann müssen wir hier hoch, oder? Jetzt gehen wir mal aus der Gestalt raus. Und dann müssen wir irgendwie hier hoch. Ah, das war das erste Mal. So blöd habe ich mich jetzt gar nicht angestellt. So, ganz wichtig. Das Teil darf man nicht öffnen. Und jetzt müssen wir zu unserem Spot laufen. So, jetzt sind wir an dem besonderen Spot, wo wir hin müssen. Schaut euch mal die Aussicht an. Das ist schon nice. Und wo sind wir jetzt genau? Wir machen mal die Karte groß. Wir befinden uns einmal hier oben auf dem Berg. Ehrlich gesagt, da ist es jetzt nicht sonderlich schwierig hinzukommen. Und zwar, hier könnt ihr hochlaufen, wenn ihr auf dem oberen Plateau seid. Und das obere Plateau könnt ihr, wenn dann hier durch eine Straße oder da hinten quasi, wenn dann lauft ihr hier über die Mühle hoch oder ihr lauft hier hoch und dann hier rauf. Also das ist nicht schwierig. Also hier kann man einfach ganz easy rauflaufen. So, wir sind jetzt hier an dem besonderen Platz quasi. Stellen uns auf den Teppich. Und jetzt machen wir erst diese Dose auf. Und, tada, da kommt mein Achievement. Und ihr hört schon, ich werde mit einem anderen Account gerade verdroschen. Wir werden mit dem Shadow melden hier mal nochmal. Dann werden wir nämlich nicht... Ah, okay. Ja, oder auch nicht. Ja, dann lassen wir uns halt verhauen da in der Hütte drin. Aber ihr habt gesehen, Achievement haben wir bekommen. Das zählt jetzt auch Account weit. Also sprich, auch wenn ihr es mit dem Main nicht gemacht habt, aber habt das dann quasi mit dem Twink. Also wenn ich jetzt nochmal hier rüber switche, müsste ich das mit dem hier... Seht ihr, habe ich jetzt quasi auch erhalten. Und dementsprechend, ja. Also wenn es euch genauso ging, dass ihr mit dem Main das schon gemacht habt, müsst ihr halt irgendeinen Twink hochbasten. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auch schon mit 100 machen kann. Äh, mit 110 meine ich. Wahrscheinlich schon, weil man ja einfach nur das Ding looten muss und auf den Berg gehen. Das müsste ja vom Scaling auch so funktionieren, ne. Ja. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein wenig helfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Tillar. Ciao. Ciao.